Das Scherwundgeld Der Sinn dahinter war und ist, dem Geld die Funktion des Wertspeichers zu nehmen oder diese einzuschränken. Und zwar intensiver, als es die allgemeine und beabsichtigte Inflation von 2 bis 3% ohnehin schon tut. Eine solche Inflation bezeichnet die Wirtschaftswissenschaft aus den gleichen Gründen als gesund. Damit sollen die Menschen dazu gebracht werden, dieses Geld schneller wieder auszugeben und weniger zu sparen. Ziel war und ist es, die Nachfrage künstlich zu erhöhen. Doch dazu später mehr. Die Maßnahme sollte aber auch die Verzinsung, also die Anlagerendite, unrentabel werden lassen. Die Freie Universität Berlin veröffentlicht auf der Webseite www.geldreform.de die Arbeit von Fritz Schwarz, Das Experiment von Wörgl Beides im Text verlinkt. Dort werden im Abschnitt Wie man das Geld vor dem Gehamstertwerden schützen kann Die Befürchtungen und Ängste in einem Zitat beschrieben. Zitiert wird Prof. Dr. Ernst Lauer, Vorstand des Schweizerischen Bauernverbandes zu seiner Zeit, welcher im August 1914 in der Schweizerischen Bauernzeitung schrieb Heraus mit dem zurückgehaltenen Gelde! Es ist unmöglich, die Auszahlungen für Käse, Milch, Getreide, Fleisch usw. zu machen, wenn die Banken kein Geld erhalten. Wenn der Bauer die Einnahmen, die er aus den verkauften Lebensmitteln hat, behält, keine Zinsen und Rechnungen bezahlt und das Geld zu Hause versteckt, Statt dass er es auf die Bank trägt, so kommen wir aus der Krise nicht heraus. In diesem Absatz sind einige Unterstellungen, die für mich ziemlich viele Unklarheiten enthalten. Bauern verstecken demnach Bargeld bei sich zu Hause, also unterschlagen es, anstatt damit Rechnungen und Kreditraten zu bezahlen. Auch nach damaligem Gesetz ein klarer Rechtsbruch, der sicher nicht ohne Konsequenzen bleiben dürfte. Die Bank wird auch damals diesem Verhalten nicht untätig zugesehen haben. Für den Kredit hat der Bauer bestimmt den Hof, einige Maschinen als Sicherheit hinterlegt. Und wenn er den Kredit nicht zahlt, ist die Sicherheit fällig. Sie behalten angeblich die Einnahmen aus dem Verkauf ihrer Produkte und gehen das Risiko ein, ihren Hof oder wichtige Arbeitsmittel zu verlieren. Eine sehr fragwürdige Behauptung. Nun, was verkauft denn ein Bauer so? Ich würde sagen, Gemüse, Obst, Getreide, Milch, Milcherzeugnisse, also Käse, und das Fleisch von Schlachttieren, wenn sie die Tiere nicht an einen Schlachthof verkaufen. Und diese Einnahmen haben sie für sich behalten, anstatt sie bei der Bank einzulegen. Die Bank finanziert offenbar damit einen Fonds, vielleicht für Absatzgarantien, aus dem dann Auszahlungen, vermutlich an die Bauern, für produzierte Güter, also Milch, Käse, Getreide und Fleisch, getätigt werden sollen. Für mich doch sehr verwirrend. Aber gut, bestimmt fehlen mir einige Informationen. So wirkt die Sache ziemlich unlogisch und alles andere als glaubwürdig. Die Befürchtung liegt also darin, dass die Menschen ihr Geld zu Hause sparen und nicht auf der Bank. Vermutlich, weil dort ja wenigstens die Bank damit arbeiten könnte und für sich Gewinn erwirtschaften, der dann in den Bilanzen als Wirtschaftsleistung auftaucht. Aber egal, ob es nun auf der Bank oder unter der Matratze gespart wird, es wird nicht ausgegeben. Gespartes Geld schafft keine Arbeitsplätze. Im Gegenteil, gespartes Geld schafft ein Stück weit, in geringem Maße, Unabhängigkeit im eigentlichen Wortsinn. Erst wenn dieses wieder ausgegeben wird, was irgendwann der Fall ist, fließt es in die Zirkulation zurück. Nur wann ist für die Herren des Geldes nicht berechenbar? Vermutlich am ehesten dann, wenn der Wert des Geldes durch Verknappung nach oben gedrückt wurde. Dann werden die Sparer ihr Geld ausgeben, um Verteuerungen zu überbrücken. Das aber läuft den Plänen der Geldherren zuwider. Gespartes Geld ist also außerhalb der Kontrolle der Geldherren, wer immer das dann auch ist. Die Zirkulation Was ist Zirkulation in diesem Zusammenhang? Das permanente Kaufen und Verkaufen, das Ausgeben von Geld, ist das, was man Zirkulation nennt. Was bedeutet Zirkulation? Zum Beispiel Der Kunde kauft Ware und gibt Geld, das der Händler seinerseits als Kunde dem Produzenten gibt, welcher dieses dann als Lohn seinen Angestellten weiterreicht, welche dann davon wieder Waren kaufen. Damit ist es tatsächlich ein Kreislauf. Betrachtet man aber nur dieses Detail, also nur die Zirkulation, kann man tatsächlich zu dem Schluss kommen, dass es allein durch den Handel keinen Reichtum und keine Armut geben kann, da sich das Geld ja im Kreis bewegt. Und man müsste nur die Gewichtungen regulieren, damit das Geldsystem nach diesem Modell funktioniert und alles ausgleicht. Wird nun gespart, wird dieser Zirkulation Geld entzogen und der Zirkel fällt in sich zusammen. Mit Schwundgeld soll das verhindert werden. Wird durch den Kauf überregionaler Ware Geld bzw. Wert aus der Region heraus verschoben, wird der regionalen Zirkulation ebenfalls Geld bzw. Wert entzogen. Mit Regionalgeld soll das verhindert werden. Doch wie klein will man die Zirkulation gestalten? Wenn man bedenkt, dass Regional- und Schwundgeld nur in Kombination auftreten, lassen sich die Gedanken, vor allem aber die Ängste dahinter, erahnen. Es ist die Angst, dass zu viel Geld entzogen wird, die Angst vor Verarmung jener, die sich an Geld klammern, in ihm eine Sicherheit wähnen und anderen latent, aber pauschal misstrauen. Dazu noch an anderer Stelle mehr. Am Ende ist es die Angst, eben bedrohliche Mängel, also Armut, zu erleiden. Im nächsten Beitrag betrachten wir, wie generell Wirtschaftsleistung zustande kommt und werden feststellen, dass diese nicht immer etwas mit Arbeit zu tun hat. Bis dahin danke fürs Zuhören. Untertitelung im Auftrag des ZDF,